Philipp, du bist in einer halben Stunde auf dem anderen Platz. Ja? Ja. Ja. Wer hat es gesagt? Das haben wir vorhin. Wir haben einfach, dass jeder sozusagen heute mal zwei zum einen probieren macht. Ja. Was macht ihr denn an wie der Tag heute? Bis 17 Uhr maximal. 6 Uhr? 17. Wir haben jetzt schon 13 Uhr bei uns. Ich weiß. Hier oben ist der Timeplan. Ah, okay. Haben wir ihn bekommen. Ja. 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 Ja.